Damit herzlich willkommen zurück zu DOOM. Der Helixstein befindet sich in Olivias Privatlabor. Nur wenige haben ihn je gesehen. Aber wenn du nicht grundlos zu uns gekommen bist, kannst du vielleicht etwas erkennen, was wir übersehen haben. Das kann schon wirklich sein, ja. Aber erstmal hier die Waffe, jetzt wenn ich den Supershot finde. So, gehen wir mal. Dann öffnen wir mal die Tür. Bin mal gespannt. Es ist kein Zufall, dass wir ihn gefunden haben. Die Dämonen haben seine Rückkehr vorhergesehen. Wenn er aufwacht, könnte er die ganze Mission gefährden. Er ist der Einzige, der es mit ihnen aufnehmen kann. Die Rückkehr von Doomguy ist vorausgesagt worden. An alle Lazarus-Mitarbeiter. Es wird eine offene Diskussion gegen die Infra- und Bedingungen gegen die Verwendung von... Cool. Neue Granate habe ich gefunden. Ähm... Jo. Uah! Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Ah. Die Ente ist ja wohl, ey. Ah. Sehr, schön. Sehr, sehr, sehr schön. Wow, 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 wa. Ah. musste nämlich einen weich teil muss man zu erwischen und das in dem moment jetzt nicht mit gemeint die eier sind damit gemeint nein definitiv nicht erst mal ich habe ich eigentlich alle 25 okay so schön sehen wir mal noch um wie es oh hei woher Ich bin hier. mal schauen hier ah ja ok am moment ist ja mal kaputt machen den habe ich schickt eliminiert und ich habe hier hoch ich brauche eine Schnur aber einig oh beim Klettern kann man schießen das war gerade so aufgefallen ja, da wollte ich jetzt nicht ich wollte hier einfach einsammeln ich gehe auf dich ja, oder so das geht auch ähm, nein, nein du schuhe ich gehe auf, ja ich kann mal nur tot brauchen Ach du Scheiße. Er mal wieder. Oh, dich können wir auch in den Toten bauen. Weg mit euch. Oh. Oh. Hier nochmal bisschen Platz einsammeln. Auch mal den Chippen ausweichen. Oh. 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 Ja, da wollten sie auf einmal nix mehr von mir wissen, ne? Haha. War in Ordnung. Also ich hab schon mal besser gekämpft, aber ist definitiv in Ordnung gewesen. Hey, hi. Es werden derzeit Freiwillige für das Aufregende in Form. Schaffen Sie Ihr Potenzial. Entgegen Sie Neues und lassen Sie mehr. Dann wollen wir doch mal hier aufhören. Olivia hat die Höllenwelle irgendwo in der Anlage aktiviert. Ich hätte gehofft, sie könnte sich von ihrem Einfluss befreien. Aber ich habe mich getäuscht. Sie war schwächer als ich dachte. Sie war einfach nur schwach. Das wird auch nicht passieren. Wir sind nicht schwach. Wir sind stark. Ja, äh. Beteiligungsbombe. Warum mein ich nicht? So. Und da. Sehr schön. Oh, hier gibt's hier hinten noch was. Ah, siehste. Sie lohnt sich immer wieder. Olivia war schwach. Wir sind stark. Ich dachte, es war noch nie mehr oder was. Das wäre lächerlich. Also, wo muss ein neuer Gegner sein? So. Okay. Wir haben mal eingesammelt. Oh, Monster. Cyberdemon. Cool. Auf jeden Fall richtig Hammer. Mal gleich noch ein paar. Ich glaube, das hat alle Fragen beantwortet, oder? Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst mir doch ein Abo da und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und natürlich, wenn es euch besonders gefallen hat, könnt ihr gerne es mit Freunden und Bekannten teilen. Für weitere Videos könnt ihr auf die rechte Seite klicken. Dort werdet ihr weitere Let's Plays von mir finden. Bis dahin. Ciao, ciao.